Musik 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 Wir kriegen alle Räume. Das wird das ist das, was wir machen. Das wird das, was wir machen. Eidolonjön, ihr Pender! Eidolonjön! 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 Eidolonjön, ihr Pender! Eidolonjön, ihr Pender! Eidolonjön! Eidolonjön, ihr Pender! Eidolonjön! Wir stehen heisern zu euch. oder die Flasche? Das hier war wunderschön. Und die Flasche durch den Kreis. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber wir sehen uns, wir sehen uns auf jeden Fall, was wir im Angriff noch zu uns in der Luft spicesen haben. Aber wir haben da auf jeden Fall ein halbes Fehler gemacht. Wir haben da auf jeden Fall einen Kult. Wir haben da auf jeden Fall ein Kult. Schönen wir ihn nehmen. Das ist nicht so schön. Es war schon mal hier. Der Marco möchte unbedingt nach Dresden fahren. Rieser! Deswegen geht er jetzt mal zu der Einlasskontrolle. Genau das ist das, was wir nicht wollten. Es hat sich jetzt ungebrochen Klamm für den Restaurant. Und jetzt einige wenige, die sich nicht wissen, wie sie sich belehren sollen, fahrten hier wieder auf Stuttgart. ... den Trichterbögen und dann bitte ohne Schieben, ohne Schubsen, ohne Flaschenwerfen. Wir haben heute bis jetzt sechs Stunden einen super Einsatz miteinander hinbekommen. Ja, es war ein mieses Spiel, aber dennoch war alles friedlich. Und ich möchte nicht, dass morgen wieder die Norm an der Zeitung steht, die Narbo randaliert. Und es gibt Dresden, wenn sie den Trichterbögen anbieten. Und es ist ein sehr, sehr guter Text auf den Trichterbögenen. Das lässt sich immer hier in Spiegel aus. Oh, oh. Das lässt sich jetzt nicht weiter. Das lässt sich nicht weiter. Ist das nicht weiter? Ja, was ist das denn? Okay, das ist immer so. Hier melden sich mal live hier vom Spiel... Union in den Arm oder E-R-A-S-T Er zieht Flair, jawoll!